Applaus So, um unser Sicherung Rang 3 in dieser Klasse geht an die Stadtnummer 113 der Hassan Kjule Applaus Rang 2 Die Stadtnummer 111 der Erwin Grisser Applaus Applaus Und Sieger, Mastersklasse Oberfifty mit der Stadtnummer 112 der Walter Stücker Applaus 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 Und natürlich, Erwin bekommt auch wieder eine Gewinnschenke im Erdvon 100 Euro So, ein bisschen zusammenrücken für ein schönes Foto Applaus Applaus Und dem Zuge der Fiebererwege noch bekannt geben, dass Sie Herr Walter Stücker jetzt für den Lampa Mr. Universal Ball qualifiziert haben, die jetzt in den drei Wochen in Enggarn stattfindet. Applaus Applaus